assalamu alaikum meine lieben aus diesem zimmer machen wir jetzt ein neues katzenzimmer habe gerade die die war raus die war hier jetzt ist der fino da und sie sucht ja was willst du deinem die nee vielleicht bist du schläufig ich muss doch an die schnalle glotzen hier hast du eine ruhe mit der pixie jetzt wollen wir noch den kleinen furzel jahre ja und den rocki ja leute die müssen mit zwei toiletten klarkommen müssen halt öfter lernen guck einer hat schon gepieselt hey dann so die leute rocki höfisch los kann man noch ein bisschen mehr raus ja gut wer will auch aus pixie mich heiser henna koko kala salakita mich amelie dick hallo hat die bera males gut bera ah emschi uchot pixie bera koko hod emsik pixie pixie anti mich arf pixie taht ios schakluze bad komba come pixie come So wie komm, Gek Po? Erist distort es. Und ich will gemeldeWid. Steht bin. Komm, 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 pein Hre. also die wollen auch nicht da sein so okay dann sind nur zwei hier gucken wir mal zwei Toiletten zwei Jungs weil die Mali und die Sherry die können schwanger werden Babykelb Babykelb Mutter Tschau, bellos das der Cool Amelia Bied weil Mحمot nicht schraubt Nein, nein, nein nein, nein nein, nein Welche zuvor das? Welche zuvor das? Fynn? Ojo! Negetio? Ayo! Imsik! 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 Ayo! 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 Die hat nämlich jetzt schon so dunkeles Zeug an der Schnelle. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber es kann auch Dreck sein. Aber die will halt immer rüber. Gestern war das noch nicht so. Ja, jetzt frisst er auch. Ja, der Delo heißt Schwanz bei den Tieren. Und jetzt heute fängt ihr an. Nee, seid früher, seid nicht unter dem Messer jetzt erst mal. Ja. La, taht, gefällt. Bichasab, Aya, mafisch. Khurma, Bura, Aura, Haga. Kulutamam. Bukra, Aisin, Hena, Shwaya, Nadef, Badmisch. Udi, Gul Mahmood. Guck mal, ich hab noch kurz zwei Sandsäcke. Guck mal, die Hühner zeige ich nicht mehr so oft. Ihr wisst, wieso. Hühner sind Hühner, was soll man da kurz zeigen? Es sei denn, jemand will sie extra sehen. Also, der wollte raus. Vielleicht im Winter. Weil so schnell kriegen wir keinen Termin. Jetzt bin ich ein bisschen froh. Jetzt hab ich nur noch drei Katzen im Haus. Die kacken auch weniger, weniger Streu. Und keiner schwanger, hoffentlich. Die Marlene. Weil der Rockstar sieht mir schon ein bisschen, der Rocky. Sag mal, du wirst mir doch nicht hier hochklettern. Ich lass extra Licht an, dass sie nicht sehen, wo es rausgeht. Und Pixi wollte da nicht sein. Okay. Hab ich dich raus? Je, keiner will das sein. Warum? Stinke, die Katzen. Ja. Ah, okay. Ich denke auch wegen dem Wind. Drinnen ist schon ein bisschen warm. Ja, ist kein Ventilator. Mir ist auch warm. Also, ich kann jetzt nichts mehr arbeiten. Tschüss. Bis morgen wieder. Ich geh jetzt unter die Dusche. Und dann kommt auch der nächste Livestream. Hallo. Buddy. Hi. Der ist noch ganz schüchtern. Was ist los? Was ist los? Hast du schön gespielt? Hörst du gerade? Nee, hörst du nicht. Guck mal, ich hab neues Futter. Ja, schön essen. Mjam, 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 mjam. Heute war die ganze Nacht mit dem Fee noch. Jetzt sind sie gerade beide zusammen dort. Ja. Schön essen. Der guckt immer zu den Kaustreifen. Mal probieren. Hier, Hundekaustreifen. Riecht das besser? Das riecht es dir klein. Oh, die leckt er gut. Gut. Ganz kleine Kaustreifen machen wir rein. Ist das was? Ja, da kann man gut kauen für die Zähne. Ja. Ja. So. Ja, die anderen Katzen im Nebenzimmer sind auch am Jammern. Oh, schmeckt das gut. Gut. Ja, ich hab auch gedacht am Anfang, Leute, dass irgendwas stimmt mit dem nicht. Weil er so ruhig ist. Aber das ist halt vielleicht, ne. Der war ja auch ruhig in dem, ähm. Was war, ja gut, ruhig. Ich hab ja auch nicht so lange da in dem Laden. Aber er frisst, er trinkt, ist alles gut. Ich denke, der hat so einen ruhigen Charakter, hoffe ich mal. Dass es nix ist. Malisch, Habibti. Schön essen, Habibi. Ja. Ne, Leute, ich mach keine Zucht. Jetzt kommt gleich die Diva rein. Ich trenne die, bis ich weiß, die Läufigkeit ist vorbei. Und dann ist ja egal. Dann, die kommen ja, die werden ja nur alle. Das ist ja nicht wie bei den Katzen, ne. Wenn sie nicht läufig werden, dann nächsten Monat normal. Bei den Hunden ist fest. Ne. Alle sechs Monate oder einmal im Jahr. Sagt mir mal hier, hey, Leute, ich hab alles vergessen. Ich hab das ja verdrängt, die Hundezucht. Ich will nix züchten. Ich will keine Babys. Und im November haben wir halt dann den nächsten Termin. Und so lange müssen wir sie trennen. Ja. Hört ihr draußen? Wee, wee. Komm. So ein Kaustreifen. Ja, ich komm zu euch auch. Ich komm auch zu euch. Don't worry. Aber ich warte erst, bis er gegessen hat. Der ist nämlich schüchtern beim Essen. Ja, komm. Komm. Also der Buddy. Der Fino hat ja nichts gerochen. Momentan ist nix. Ja. Und jetzt bist du hier drin. Ja. Komm, kriegst du auch einen Kaustreifen. Komm, lecker, lecker. Was ich nicht verstehe, die lassen das Futter für das Baby. Schmeckt das nicht? Komm. Das tun wir hier rein. Ins Bettle. So. Und nebendran ins Bettle. Ja. Er schämt sich vor denen zu essen. Und die essen ihm es nicht weg. Das kenn ich nicht. Und es kann ja nicht sein, dass euch das nicht schmeckt. Komm. Divi. Ja, fein. Schön essen. Ich geh jetzt raus. Ich hab noch andere Sachen. Andere Kinder zu versorgen. Ihr hört's, gell? Mäuseli. Hier frisches Wasser. Frisches Wasser. Lieb sein. Okay. Wir wechseln halt immer mal so, mal so. Der hat dich als Freund. Oder Divo als. Fino als Freund. Ja, fein. Diva. Ja, fein. Du willst zum Fino. Ich weiß. Oh, der hat sich schon rumgekrustelt. Guck mal. Ja, Habibi. Seid ihr zu stolz zum Essen? Das glaub ich jetzt nicht. Aber das Klo habt ihr benutzt. Hab ich gesehen. Da. Ja. Alles gut. Okay. Und die Kaustreifen. Weiner hat's gegessen. Bist du zu klein zum Essen? Komm. Machen wir's kleiner. Ja, also weisch. Kann man auch nix machen. Ihr seid jungs. Da müsst ihr durch. Guck mal. Der guckt draußen. Dein Schwanz. Hilfe. Wer sind diese Mäuse? Rocky. Ja, ja. Du bist doppelt so groß wie Jerome. I don't know why. Das ist the question. Ja, du schöner Kater. Ja, Jerome. Kannst da nicht hochhüpfen, gell. Du bist zu klein. Ein kleiner Mann. Ja. Der sieht noch fast aus wie ein Weibchen, gell. Ist aber nett. Gell? Ja. Ach so, du willst auch Katzenfutter. Eieiei. Na gut, gib mal ein bisschen. Na komm. Ist ja gut. Da. Du brauchst nicht zu klotzen. Frisches Wasser gemacht. Klappe halt. Du hast Katzenfutter immer. Und du? Willst rein. Gestern wolltest du raus. Nee, jetzt bleibst du da. So. Was mach ich jetzt? Ja, genau. Hier, mal gucken. Die drei Musketiere. Hä? Hi, die sind ja gewachsen. Wow. Ja, ich hab das gestern hierher, weil ich will das vielleicht aufhängen. Die Vögel können ja auch da drauf sitzen. Was ist denn jetzt hier los? Wurde jemand hier geheiratet? Wieso? Brauchst du nur eine Tropfen? Schneide Woche rum. Okay. Eins, zwei. Wo ist das dritte hier? Alles gut. Okay. Das kommt raus. Was macht das hier? Hier, fein. Alles gut, oder? Ja. Und bei euch? Ja. Kleine Sekunde. Hier auch alles gut. Wasser ist immer das Wichtigste. Frisches Feuer haben wir auch. Ja. Und ein paar Haare gelassen. Freunde, stuhle ich jetzt mit den Meerschweinchen an, Panda? Ja. Ja. Ja, deine Freunde. Na gut. Die Meerschweinchen gehen gar nicht darüber, habe ich das Gefühl. Müll. Oh Gott. Ist auch egal. Geh? Finan. So, das ist Müll, was ich da habe. Willst du raus? Komm raus. Bisschen rennen. Rennerless. Puff, gucke mal, der Hühner, kurz gucken. Alles klar, Herr Kommissar. Ja. Hier, die Affen, ist auch alles gut. Ja. Okay. Dann gehe ich wieder rein, mir ist es immer noch zu warm. Beim Junis wurde geimpft, die zweite und die vierte Klasse. Ho, 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 ho. Eher nett. Okay. Jetzt hat er. Dieser Mann ist wieder krank, immer noch, mal gut, mal schlecht, jetzt ist wieder schlecht. Alles krank. Alles krank. Hast du Hunger? Ah, voll krank. Okay. Oh, du armer Mann. Habibi. Alhamdulillah. 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 But you make me ill. I'm full good. But you make me ill. What I make you ill. 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 Weil ich immer sage, er ist doch nie krank. Jetzt ist er krank. Take my tablets. You see for the Dr. Jerome tablets. Yeah. I saw it. Alhamdulillah. It's good that you're working with you. This is my happiness. It's your happiness. It's your happiness. Yeah, you are. I see you always. I think the mango is your happiness. The mango. Yeah. Mine pflanze, mein baum mango, this is my happiness. And now he says, my health is his happiness. Nice. I see her growing every day. Inshallah. Alhamdulillah. Yeah, happy. The bullshit that was three from you, it's working also beside it. I don't know what we can do. This is egal. This is victory also. And this victory. And? Would be a muskile later. Tell me anyway. You can take one hour to put it in other place. We will see. I see. Asalemma. Gute Besserung Mahmood. Asalemma. Asalemma. Und Derin, der Weimakka, hat mir ein Bild geschickt, Ms. Allah. And hat für uns alle gebetet, für Gesundheit und und und. Is only one day we make it. One day. From the morning until the night. We're driving back into the night. Ms. Allah. 100 Riyals. 100 Riyals. 100 Riyals. 100 Riyals. 100 Riyals. One day. You can put one day just a day. Yeah. Ja, super. Super, okay. So, ja, Mimi, schämst du dich nicht? Doch, guck. Was soll ich jetzt machen? Putzen? Wie denn? Hast du versucht? Ich geh, lieb, euch schämme ich. Tschüss. Versteck dich. Ja, ich gebe immer so Folie, das liebt sie. Und das kannst du immer wieder zusammen machen. Hörst du? Ei, ei, ei. Dieser Vogel macht nur Dreck. Ich? Ja, du. Kommt sie von der anderen Seite. Die macht hier ein round and round and round. Wo sind sie? Lass mich. Ich spiele mit meinem Gummi. Nein. Okay. Die Mimmel. Jetzt kommt sie bestimmt von hier. Ja. Oh, die sieht mich. Weg. Chickaboo. Pickaboo. Pickaboo. Ja, und dann schmeißt du auf den Boden. Ist noch besser. Guck. Es fliegt gleich runter. Super. Da unten, das juckt dich nicht, gell? Ich putze doch, siehst du? Ich putze mal. Alles schön runterschmeißen. Ach, dieser Vogel. Dieser Mann. Hi, da, nein. Saber, Lott. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, wieder her, so ist geschehen. Mhm. Ist nicht schön. Ist gar nicht schön, Mimmi. Kleiner Witz am Rande, wer es verstanden hat. Swedish. Jetzt bringst du uns schon das Messerle. Ach so, für deine Bestellung. Swedish Natural Stevia Powder. Ja, das ist pflanzlich. Guck mal, da steht. Zero. Äh. Bitte schön. Yunis, nein. Ey, weh, das ist das Rot. Wir haben Schwarz bestellt. Schwarz. Hamdulillah. Schahen, ich das mit Schahen. Was? Hallo. Hallo. Zeig doch mal. Hallo. Zeig mal, Schahen. Fern. Wo? Ah, super. Gut, 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 gut. Hallo. Yunis, das muss ich erst mal aufladen. Hallo. Also, great taste. Hallo. Sag doch nicht Hallo. Mama. Das heißt Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. Also bitte. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Zeig mal ruhig, Yunis. Hör. Total Sugar. What? Was? Leute, jetzt flippe ich aus. Was steht da? Total Sugar 1,5%. Hä? Hallo. Noch einmal sagst du Hallo. Ich schmeiß das Mikrofon. Ey, was ist das? Total Sugar 1,5%. Was heißt das? Stevier Glucos 18. Ach so. Hä? Könnt ihr das kapieren? Total Sugar 1,5% und dann steht hier 0%. Was ist das? Also, weil ich jetzt kriege, ich habe ich gerade kurz einen Aussetzer gekriegt. Also von Handelsbolag. MTS heilen. Heelen. Handelsbolag. Ich hoffe, ich verstehe YouTube das nicht falsch, was ich da gerade sage. Was? It's beautiful for cooking, baking and coffee. Cold and hot drinks. Wir brauchen es für the drinks. Is it right? Guck mal. Yes, it's right. It's the super sugar, Mahmoud. Swedish natural is made from stevia. From... Younes, geh mal runter vom Bett. Du wackelst die ganze Zeit. Jetzt hast du dein Geschenk. So. Alles gut. Das muss man aufladen. Hier, take the knife. Schön wein. Schön wein. Also, vier Löffel Zucker sind ein Löffel Stevia. Guck dir das Ding an. Oder? Which is calorie free and does not leave a bed... Ach, Younes, also weiss. Das rumgehampelt. Ich immer so zittern wie am Telefon. This product is... Tschüss jetzt. Da musst du Nerven haben wie Stahl hier in der Psychiatrie. This product is not intended to diagnose, treat. Also, diagnose, treat, cure or prevent this case and it's not substitute for a balanced diet and healthy lifestyle. Ist ja ganz toll. Not ersetzbar für einen gesunden Lebensstil. Also, kannst du dir einen kleinen Müll schmeißen. Dann gibt es Produkt. Keep away from directly sunlight. Was ist dann? Kommt ein Vampir, dann geht es kaputt. Was ist denn das da? Arabisch. Dass man es bloß nicht lesen kann, wenn es kaputt geht. Was sind das? schwedisch lalala was ist das jetzt hier steve natural suite preserve preservativ ich bin immer noch bei uns heißt es was anders gell ich hoffe doch dass da nichts drin ist zero von den sachen das brauche ich nicht bin verheirat leid okay stevia powder was ist das 200 gramm echt so ein teurer spaß naja gut teurer spaß 365 pfund er trotzdem leidt geld ne also ich habe gerade meine steaks gegessen aber nur zweieinhalb ich es heute nichts mehr und ich habe die ich sehe die sieben immer noch nicht das wird immer mehr ich weiß gar warum horrible wasser zu viel wasser im körper gerade ja auf jeden fall endlich ist ankomme stevia dieser mann ist voll krank und dann sage ich gehe weg von ihm sie sagte bin selber krank und da hängt kumilla wer hat es angezogen die koko war hier und hat es angezogen sah die süß aus ne nafisi ach stimmt nafisi ach das sind die gleiche mahmoud what is you play the ill das ist das erste mal dass ich so krank seht komm komm ich komme ich komm nicht mich ist immer in arabisch mich heißt nein nicht komisch warum nicht wer krank ist muss ins bett hast du rückenschmerzen back hurting der kann nicht mehr als fünf minuten sitzen dann go in the ocean clean everything oh ja ich hab die beauty raus klassen ja ich bin heute früh aufgestanden ich hab dir amazon war da ja das mikrofon ist gekommen für juni sein letztes geburtstagsgeschenk und ach so warte mal stevia war gar nicht so teuer sachen mal das mikrofon war das sie war 150 no 360 ich guck ward also stevia hat 180 kostet aber mit 170 aber mit versand 101 mahmoud sugar ja mahmoud stimmt doch gar nicht vor spoon sugar is one spoon stevia four spoon sugar is one spoon stevia das mainz less mag full less ganz wenig genau vier löfels zucker ist ein löfels stevia wagen klar er nicht not much oh my goodness ist mit den nasen kitzeln du leute ich hab kurz zeit für krank alle krank geschlafen essen willst du nicht kein hunger wie klicke von arabisch 17 von 20 punkten und rassad geschichte hat volle punktzahl maschallah super die gute qualität die frau bücher mitnehmen tut meine tasche kaputt gehen die hat 400 pfund kostet ich nehme bücher mit mach mal dazu dass man das nicht sieht alles das private zeug store deswegen fühle mich nur den vater wo du willst jetzt kommt heute hatten wir eine geschichte das war in arabisch das waren so krieger die sind auf ihre beute gerannt auf jeden fall also gerannt und haben dann die bekämpft und dann haben die jungs gesagt ja wie unser mathelehrer der mathelehrer wenn jungs machen dann geht er und stellt sich vor ihn und redet mit denen also dann hat er noch mundgeruch bestimmt das ist ganz schlimm wenn jemand so ein lehrer ganz nah ran kommt und dann kommt vor das gesicht und dann schimpft er mit ihm und alle haben gelacht selbst die lirien können sich nicht halten so na darf man gar nicht zu den kindern wegen corona und der ganze schrott und das gibt es doch nicht wenn ich jetzt krank wert dann bin ja noch länger der psychiatrie also ich glaube das was im video mach mut bist du tage mausolema boi 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 oh my goodness